Wir sind heute hier in Machtring, im Big Bamboo. Um was geht es hier genau? Ja, wir haben leider eine Charity-Veranstaltung für eine Familie, bei welcher leider der Vater mit 41 Jahren unter Worte verstorben ist. Die Familie, die Hinterbliebenen sind vier Kinder und eben die Ehegattin, die natürlich vor enormen finanziellen Aufwänden stehen und wir wollen da heute einfach tatkräftig unterstützen und das mit diesem Frühstück und mit diesem Charity-Brunch heute auch dementsprechend erreichen. Herr Bürgermeister Paul Mahr, ein paar Worte zu dem heutigen Benefizkonzert. Ich bin sehr stolz, dass wieder mal die Eheg ein tolles Konzert auf die Beine gestürmt hat, mit sozialem Hintergrund. Also das gelingt immer der Eheg sehr gut, dass sie Themen aufgreifen, mit einem tollen Event verbinden heute, mit einer sehr ausgefallenen Musik. Und das Ganze kommt dann durch diese Witte mit vier Kindern, die also einen wahnsinnigen Schicksalsschlag erleiden hat müssen, zugute. Und das finde ich wirklich, bin ich richtig stolz, dass im Machtring sowieso Aktivitäten stattfinden. Wir sind heute hier im Machtring im Big Bamboo bei einem Benefizkonzert. Um was geht es da genau? Ja, wir haben das veranstaltet, weil wir für eine Familie sind. Da ist leider heuer der Vater gestorben und die Frau hat jetzt noch vier Kinder. Und wir haben den Bäder mit Palmen eingeladen und haben da Charity gemacht und haben dann auch Geld, freiwillige Spende für die Familie.